Die aktuelle Situation ist angespannt, die Ukraine wird fast vor unserer Haustür zum Kriegsschauplatz. Zum Feiern ist einem da momentan nicht zumute. Auch Florian Silberreisen hat am kommenden Samstag keine Lust auf heile Welt. So teilte der Mitteldeutsche Rundfunk mit, dass man aufgrund der aktuellen Lage die Unterhaltungsschoß nicht zu senden. Darunter fällt auch Schlager oder NX66. Das Format sollte eigentlich am Samstag, den 26. Februar um 20.15 Uhr im MDR gezeigt werden. 20.15 Uhr im MDR gezeigt werden. Stattdessen zeigt man jetzt die Sendung tierisch-tierisch. Wann das Format, das bereits schon aufgezeichnet wurde, nun ausgestrahlt wird, ist aktuell noch nicht bekannt. Als Gäste waren unter anderem Daniela Alpinito, Andi Borg, Ben Zocca. Die Draufgänger sowie Marina Marx und Carsten Walter angekündigt. 4. Die Draufgänger die. 5. Schnellchen die in die Handzeilen. 6. 16. Intro. 7. 9.